Guten Morgen, YouTube-Freunde. Jetzt geht es los. Heute Morgen wollen wir Kürbis pflanzen. Wetter ist überzogen. Es hat in der Nacht 5 mm geregnet. Aber ich denke, heute Morgen hält sich das Wetter. Am Nachmittag gibt es vielleicht Gewitter. Und das wäre gut, wenn wir bis am Mittag alles gepflanzt hätten. Wir wollen mal sehen. Ab aufs Feld mit den Kürbis pflanzen. Setz dem Kürbisöffner aufs Feld hückellos wirdßeorman und rigorous. Unten daes groß die Kürbis temen, dass die Belle Wrap ausgewichtigt werden. Und ultforex Thatsel ist zu gмо VIC manera. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind fertig mit Kürbispflanzen. Ein kleiner Rest ist hier noch auf dem Wagen. Wir hatten uns ein bisschen verrechnet und mussten dann noch mit der Schaufel nachpflanzen. Wir hatten zu viele Pflanzen. Und das bei 30 Grad. Das ist wahnsinnig so heiß. Jetzt hoffe ich auf ein Gewitter heute Abend. Sonst bekommen da meine Kürbispflanzen einen schlimmen Tag morgen. Aber Schassen stehen gut, dass es heute Nacht ein Gewitter gibt. Hoffen wir. Und jetzt zeige ich euch noch die erst gepflanzten Kürbissamen, die wir in den Boden gesteckt haben. An einem Sonntag, ich weiss nicht an welchen mehr. Das sieht ganz super aus. Schöne Kürbis mit viel Gras dazwischen. Ich denke, vielleicht werde ich das Gras zuerst mähen. Und nachher mit der Rückenspritze abspritzen. Und uns noch schauen, was da der beste Weg sein könnte. Aber die Kürbis sind sehr schön gewachsen. Gefällt mir.